So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, eine neue Folge Pokémon GO, eine Infofolge. Ah, die rennen hier rum und drehen total durch. Was war los gestern? Wir haben die ganze Zeit gewartet, dass endlich die neuen Fünfer-Raid-Bosse erscheinen oder angekündigt werden. Angekündigt werden natürlich legendäre, nicht legendäre, nein, es sind Ultra-Bestien. Wurde nicht angekündigt, man musste es selber rausfinden. Wir haben im Stream zusammengesessen und dann gemerkt, oh, in Kiribati, guck mal, da ist plötzlich eine Ultra-Pforte, die dann nach 11 Uhr aufgeht. Okay, was ist da drin? Alles klar. Da war aber nur ein Pokémon, permanent, und dann ein Stück weiter weg, in Auckland sozusagen. Ach, guck mal, da ist das andere, aber nur das andere. Das war schon komisch, jetzt wissen wir die Lösung, die zwei Ultra-Bestien sind da, aber sie sind regional aufgeteilt sozusagen auf Südhalbkugel und Nordhalbkugel. Ich habe gar keine Ahnung, was sind wir denn? Kriegen wir jetzt das? Kriegen wir das? Sind wir Süden? Sind wir Norden? Sind wir Osten? Sind wir was anderes? Also, das sehe ich gleich. Ich habe nämlich schon einen Community-Raid gepostet. 11.20 Uhr geht bei uns nämlich einer auf, am Stadtwappen. Da möchte ich hin, den möchte ich vor Ort machen. Es haben sich auch schon, hier sind zwölf Kommentare, es haben sich also genügend Leute eingetragen. Ich weiß jetzt gerade nicht, was da rauskommt. Das kleine Dünne oder das große Fette? Das große Fette wäre mir eigentlich lieber, aber das kleine Dünne ist ja wahrscheinlich nützlicher. Gleichzeitig sind es Stahl-Pokémon und am Freitag startet auch ein Stahl-Event. Dazu wollen wir jetzt einfach mal ganz kurz den Artikel hier uns angucken. Es ist alles, für mich ist das alles voll durcheinander und Hack-Mack und alles, was ich in der Woche geplant habe, wieder umwerben. Von wegen, das erste, was aufgeht, kriegt ein Community-Raid und abends Raids. Und das zweite machen wir danach und das kriegt dann auch einen Community-Raid und am Donnerstag Raids. Community-Raid fällt weg, weil es ist ja nur eins da. Raids für Zuschauer weiß ich nicht, wie das funktioniert, weil es ist ja nicht in unserer Region. Trainer, stehlt eure Nerven, denn die Ultra-Bestien Kaguron und Katagami strömen aus Ultrapforten auf der ganzen Welt. Kaguron wurde südlich des Äquators und Katagami nördlich des Äquators gesichtet. Auch andere wilde Stahl-Pokémon wie das Einigler-Pokémon Togedemaru erscheinen überall. Selbst manche Pokémon rüsten auf. Mega-Stolos gibt sein Debüt in Mega-Raids. Da haben ja auch viele spekuliert, dass es Mega-Stolos sein wird. Die Mega-Energie war auch schon angezeigt. Auch der Eintrag war schon ersichtlich. Theoretisch hätte auch Flunkiefer, Mega-Flunkiefer reingepasst. Oder auch Mega-Lucario, weil die ja trotzdem auch Typ Stahl mit drin haben. Wir sind gespannt, welche Herausforderungen ihr mit euren Stahl-Pokémon meistern werdet. Dann werdet ein Hoch auf diese ganz besonders 10 Pokémon. Stahl-Event finde ich eigentlich cool. Das Thema Stahl, Stahl-Pokémon, Mega-Stolos freue ich mich schon komplett drauf am Freitag. Das ist auch durchsichtig jetzt. Also ihr wisst, dass das kommt. Wir werden es dann nachmittags machen und abends dann euch beglücken. Was ist jetzt aber ganz genau? Vom Freitag, den 16. September bis Mittwoch, den 21. September, also 10 Uhr startet das Ganze am Freitag. Bis Mittwoch, 20 Uhr findet dieses Stahl-Event statt, wo eben auch Kaguron erscheint. Die aber jetzt eben seit 10 Uhr auch schon erscheinen können in den Ultra-Pforten. Das Raketen-Start-Pokémon Kaguron gibt von Dienstag, dem 13. sein Debüt bis 27. September. Jedoch nur auf der Südhalbkugel. Hier gibt es auch so ein Video. Das gucken wir uns jetzt nicht an. Katagami eben auch vom 13. bis zum 27. im Norden. Ich weiß nicht, wo wir sind. Wir sind im Norden, ja. Ich glaube, wir sind im Süden. Ach, was weiß ich. Mega-Stolos rüstet auf. Mega-Stolos auch dann ab Freitag, 16. bis 27. Mega-Stolos in Raids. Das erste Mal so da, dass man das entwickeln kann. Man kann es wieder als Shiny aus dem Raid ziehen. Ist ein Pokémon, was aber sowieso schon ewig als Shiny verfügbar ist. Als Stolunior, wenn man ein gutes hat oder so, kann man das natürlich dann entwickeln. Und müsste gefühlt wieder nur einen einzigen Raid machen, damit man die Mega-Energie zusammen hat, um dann sein Bestes, was man auf der Hand hat, zu entwickeln. So mache ich das immer. Vielleicht zwei, drei Raids mehr, damit ihr die nächsten Tage immer wieder entwickeln könnt, bis ihr dann eins auf Stufe 3 habt. So wie ich es jetzt bei meinem Sims-Alar mache. Pokémon-Debüts. Das Ein-Igler-Pokémon, Togedemaru, erscheint zum ersten Mal im Pokémon Go. Natürlich nicht Shiny, weil es ist ja das erste Mal da. Also gut, sie hätten es auch Shiny bringen können. Haben sie nicht. Was ist das? Sieht aus wie ein Igel. Sieht aus wie eine Maus. Sieht aus wie... Es ist klein und süß, das ist doch schon mal richtig toll. Event-Boni gibt es auch. Die Chance auf XL-Bonbons ist erhöht, wenn ein Pokémon mit guten, großartigen oder fabelhaften Wurf gefangen wird. Ihr erhaltet zusätzliche Bonbons, wenn ihr Pokémon mit einem guten, großartigen oder fabelhaften Wurf fangt. Also kompletter Bonbonboni. Ihr kriegt mehr Bonbons und auch eine Chance auf mehr XL gleichzeitig. Fangt einfach alles weg, was da sitzt. Versucht einfach gut zu werfen. Dann dürfte das schon passen. Wilde Pokémon während des Events. Ab Freitag, 10 Uhr. Magnetilo, Tansa, Nasgnetsch der Lunjotane. Bronzel, Kastatur. Können alle Shiny sein. Rotomurf, Togedemaru. Können nicht Shiny sein. Mit etwas Glück begegnet ihr auch Plibrin. Nicht Shiny. Oder Galaflunschlik. Shiny. Magnetilo. Richtig cooles Shiny. Richtig tolles Pokémon. Erste Generation. Magnetzone. Auch eigentlich recht starker Elektroangreifer. Stolunior. Ja, wer noch Bonbons braucht dann für sein Mega Stolos. Und auch ein Shiny mitnehmen vielleicht. Und auch mal ein Shiny entwickeln oder so. Nutzt da was, damit ihr auch ein gutes Stolos euch entwickeln könnt. Rotomurf. Richtig geniales Pokémon. Nicht nur, dass das in der GBL oft genutzt wird und eine gute Rolle hat. Es ist auch so für Raidkämpfe besonders stark als Bodenangreifer. Kann man sich unbedingt mal eins entwickeln, ein gutes Hochziehen und so weiter. Kastatur. Theoretisch eher selteneres Shiny noch. Was jetzt nicht so geläufig ist. Sichert euch da noch eins. Galaflunschlik. Auch GBL mäßig. Natürlich richtig gut am Start. Und wer da das Shiny braucht, aber absolutes Highlight müsste Tarnheld sein. Tarnheld hatte zwar schon einen Community Day, der ist aber so ewig her. Metagross. Tarnheld zu Metagross. Metagross sowieso sammelt Bonbons, um ein Krypto-Tarnheld mal zu entwickeln, hochzuziehen. Sammelt Bonbons, um ein Hunderter-Tarnheld hochzuziehen. Ihr habt dann irgendwann könnt ihr auch Mega-Metagross machen. Das kriegt ja auch eine Mega-Entwicklung. Also das Highlight farmt Tarnheld Bonbons. Farmt XL, farmt alles. Und sichert euch ein gutes Exemplar. Tarnheld auf jeden Fall die Nummer 1 hier von diesen Sachen. Raid-Kämpfe. Raids Stufe 1. Sichlor. Passt dann zu Mega-Sherox. Aber, naja, Sichlor hat man sich jetzt satt gesehen. Schilderus kann auch Shiny sein. Klick kann Shiny sein. Ja, wer die Entwicklung noch nicht hat alles. Tarnheld würde ich jetzt nicht in den Raids unbedingt machen. Außer ihr legt halt wirklich Wert auf gute IV und habt in der Wildnis kein Glück. Und Togedemaru auch im Raid. Würde ich nicht raiden, weil es ja wild erscheint. Und ihr eigentlich nur es einmal fangt und dann habt ihr das. Raids der Stufe 3. Magneton, was nicht Shiny sein kann. Stolrak, was nicht Shiny sein kann. Dann aber Panzer Aeron und Flunkhiefer. Panzer Aeron, wieder interessant für GBL. Flunkhiefer. Kriegt ja auch noch eine Mega-Entwicklung. Kann Shiny sein. Ich an eurer Stelle würde aber warten, bis Mega-Flunkhiefer in den Raids ist irgendwann. Und dann vielleicht das Shiny suchen, Bonbons sammeln und gleich noch gute IV plus Mega-Energie sammeln. Ich würde jetzt nicht die ganze Zeit Dreier-Raids machen. Habe ich zwar damals, aber damals gab es auch nichts anderes. Also in den Einsern mein Highlight. Wahrscheinlich Klick. Weil das halt nicht in der Wildnis sitzen kann und das das Einzige ist, was exklusiv nur im Raid ist. Würde ich aber nicht raiden. Ich habe es ja schon und so wichtig ist das jetzt auch nicht. Raids Stufe 3. Ja, für euch vielleicht Panzer Aeron. Aber lasst es. Konzentriert euch einfach auf Stufe 5 oder Stufe 6. Macht ein paar Mega-Raids mit Mega-Stolos. Und nehmt halt Kaguron oder Katagami mit. Warum ist jetzt hier so ein Zeichen und hier so eine Raute? Das haben sie schön gemacht. Finde ich aber trotzdem komisch. Dann hätten es halt gemacht, dass eine Woche das da ist und dann eine Woche das. Jetzt machen sie es so. Finde ich komplett wirre. Aber gut, sie machen es halt so. Ich meine, durch Fan-Raids und Einladungen kommt man sowieso vielleicht an beides. Aber es bringt halt den Plan, den man gerade hatte, ein bisschen durcheinander. Katagami soll wohl der beste Pflanzenangreifer werden. Noch vor Mega-Bisa-Floor. Kaguron wird in der GBL mit seiner hohen Verteidigung vielleicht eine wichtige Rolle spielen. So wie Riggis Deal jetzt, aber dann halt noch mehr anders. Ich finde Kaguron auf jeden Fall cooler, weil das halt einfach so mächtig erscheint. Und das andere ist so klein. Wir haben gestern schon gesehen, das hat so einen kleinen Kreis. Da einfach fabelhaft zu treffen, ist echt eine Kunst. Eier gibt es natürlich auch noch. Alola Sandan, Alola Dicta, Gala Mautzi, Gala Flunschlick, Riolu. Riolu, das Highlight hier. Immer noch für die Mega-Entwicklung. Bonbons sammeln, IV sammeln, Shinies sammeln. Kommt alles aus 7km Eiern, die ihr also von euren Freunden aus den Geschenken bekommt. Wenn ihr gerade einen Eierplatz frei habt, öffnet mal ein Geschenk. Guckt, ob ihr ein 7km Ei aufsammeln könnt. Und brütet dann in der Hoffnung vielleicht auf ein gutes Riolu noch. Pokémon bei Feldforschungen. Magnetilo, Tansa, Nasknet, Rodomurf, Kastadur, Togedemaru. Und mit Glück auch Tarnel. Aber das sind alles die, die oben auch wild erscheinen. Schließt bestimmte Feldforschungsaufgaben ab, um Mega-Energie für die folgenden Pokémon zu erhalten. Stados und Xerox. Ja. Und dann gibt es auch wieder eine befristete Forschung. Rund um Stahl. Aber beim Abschluss erhaltet ihr Mega-Energie für Stolos. Und begegnet Togedemaru und Stolunior. Das heißt, ihr müsstet wahrscheinlich noch nicht mal einen Mega-Raid machen. Weil ihr vielleicht schon Energie für Stolos bekommt. Wodurch ihr dann entwickeln könnt. Ohne, dass ihr einen Raid machen müsst. Aber wir machen ja gerne einen Raid. Wir haben ja jetzt zwei freie tägliche Pässe. Und da wir nur eine Ultra-Bestie haben, macht ihr eben einen Mega-Raid und einen Fünfer-Raid. Und dann seid ihr am Tag gut bestückt. Was ist euer Highlight? Was feiert ihr? Wie findet ihr Mega-Stolos? Habt ihr Bock? Habt ihr Bock auf das neue Pokémon? Togedemaru? Und was sagt ihr zu den Ultra-Bestien? Welche findet ihr am besten davon? Und was sagt ihr zu der regionalen Aufteilung? Hätte ich so nicht gemacht. Wir hatten jetzt vier Viecher gleichzeitig drin. Zwei gleichzeitig jetzt hätten niemanden gestört. Nein. Regional aufgeteilt. Das wird bestimmt irgendwann auch mal wechseln. Obwohl es dann nicht mehr zum Thema Stahl passt. Wenn Stahl gar nicht mehr... Aber macht mal. Na Jentik, macht mal. Da blickt man eh nicht mehr durch. Und was das gestern solle, weiß auch kein Mensch. Schilling hatte wieder recht. Ich verstehe es nicht. Gut. Ich muss jetzt gleich los zum Community-Raid. Wir sehen uns später. Bis dahin. Peace out. Euer Ramses.